Moin Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn heute öffnen wir 6 Geschenke und ja mal gucken was hier in diesen Geschenken ist, 6 Stück, werden hier vorne ein bisschen öffnen, hier vorne, was auch immer in diesem Kühlschrank sein sollte, ähm, wenn wir noch ein Geschenk übrig haben, gehen wir zum Kühlschrank hinten und mal gucken was das ist, was das ist, also ich werde jetzt irgendein zufälliges Geschenk aussuchen und als ich bei den Augen schließe, hier ein bisschen herumdrücken, hoffe ich treffe kein offenes Geschenk, weil hier sind 4 Stück, die offen sind, ähm, ja, wenn wir mal loslegen, machen wir mal die Augen zu und werde mal irgendein Geschenk öffnen, das, was habe ich, wo bin ich, ach so ganz links unten, oh, das war eine Herausforderung, lol, Egal, dann halt nochmals, das hier, das ist schon offen, das da, perfekte, mal gucken Leute was es ist, ich denke ein Emote, also ich schätze mal, oder ich rate mal was, mal gucken was es ist, und es ist, ähm, Ein Gleiter, uh, sieht eigentlich noch, ziemlich schön aus, mit einem Weihnachtenmann, oben drauf, der irgendwie ekelhafte Zähne hat, Har har har, das klingt ein bisschen pervers, ähm, ja, ein Forder, so, wenn wir hier, auf der linken Seiteé jetzt nochmal ein Geschenk öffnen, und, einfach mal wieder ein bisschen zufällig, mal gucken, was wir da so erwischen, das hier das schon offen ach so warte mal das ist schon offen da haben wir noch zwei geschenke hier ich nehme mal das hier oben das größere geschenk das versteht sich von selber versteht sich erst am schluss hier ist glaube eine musik drinnen die wissen wir das muss man nicht nehmen jetzt noch mal eine pizza leute 10.000 xp vielleicht findet da über den kamin ist noch mal eine pizza oder let's go ja gut ja let's go okay let's go eben eins von rechts hier öffnen wieder ganz zu viel ausdrucken und let's go das hier okay let's go in dem mode zweimal musik ist aus zum glück weiss nicht ob das copyright zeug ist zersplitterte melodie ok wahrscheinlich ist es dieser sound den viele leute hören wollten am live finden und nicht wussten wie diese musik heißt kann vielleicht wenn es kein copyright ist ein eins wieder dazu hochladen aber ja mal gucken zwei musik zweimal musik let's go und wieder zufällig mit augen zu und let's go oh ja dann halt das das da öffnen geil ein großes geschenk ich denke jetzt denke ich habe einen emote oder vielleicht eine lackierung rücken accessoire ja let's go die perfekt sehr schön jetzt noch mal eine pizza wieder 10.000 sagen wir schon 40.000 40.000 leute warte mal kurz versuch mal hier eine pizza wieder zu finden vielleicht ein zweites stück oder so also bro was für zweit okay hier ist nichts mehr hier unten haben wir also wir haben hier ein geschenk und let's go hier noch eins aber ich habe jetzt zweimal musikplatten bekommen dann muss man vielleicht nicht gerade noch mal eins nehmen jetzt hier eine pizza okay ich suche wieder ein zufälliges aus und werde das hier nehmen ja da bin ich schon und das hier let's go okay Leute mal gucken was hier drin ist einen kleinen challenge schreibt es mal in die kommentare was ihr denkt klickt mal hier auf pause und ratet mal was hier drin sein könnte ich denke mal eine lackierung los werden muss ich mal öffnen und es ist ein ein kondensstreifen let's go die auch weihnachtig selten alle sollen deine deine schick was schick verpacken geschenke sehen schick habe ich das richtig gelesen teil des winterfest 2022 set okay let's go die einfordern wo ihr seht links oben steht erst tag 11 ne morgen ist weihnachten also heiligabend 25. weihnachten und hier links oben haben wir schon tag 11 also das ist ein bisschen zu spät herangekommen fortnet weil dazu wir werden hier jetzt kannst du gerne machen wir werden jetzt hier nochmal geschenk öffnen eins von den beiden ich suche mir das hier unten aus oder das große und kann es erst am schluss öffnen okay man kann es jetzt schon öffnen ich werde es auch jetzt schon öffnen okay okay let's go komm schon dat ah das ist ein gleiter der auch äh einen von meinen freunden hat mein kollege hat den und ich hatte den mal in der runde gesehen und hab gedacht wer kauft sich schon so einen gleiter okay es ist ein gleiter den man im geschenk bekommen kann wurde von jemand mit einem oberknackig für festliche flüge entworfen teil des winterfest 2020 gesetzes winterliches wirbelding wirbeldings okay keine namen dazu hat let's go ist episch wir werden jetzt mal das geschenk öffnen oder mal kurz zu diesem kühlschrank gehen weil ich mach das hier noch in diesem video testen was das da was das ding hier ist okay let's go ähm hätte ich mir auch sparen können vielleicht ist eine pizza drin oder so Leute vielleicht kann noch eine pizza drin sein für xp ich hab jetzt gerade 40.000 xp gemacht in hier in der lodge der let's go letztes geschenk das ist auch hier ein großes einfach ein bisschen kleiner okay verschiedene logik da uns noch ein lama mal gucken was da ist jetzt schon im mode komm schon ohne lackierung fast gedacht modell wechseln okay das ist übrigens meine liebungswaffe ne diese donna schrotflänze okay wenn es passiert ist so aus sieht eigentlich schon ziemlich gut aus ne die pistolen das ist quasi eine Kinderüberraschung ich halt jetzt gut die Raketen werfen ey boot übles gold ja das wars und ein fort man let's go das lama hier ganz rechts naja egal habe ich hier wirklich eigentlich alles nicht dass ich irgendwas vielleicht noch verpasst habe brutal das gucken die sich auf dem tv an let's go okay Leute das war's mit dem video lass gerne ein like und ein abonnent wenn es euch gefallen hat denn noch ein abonnent dann habe ich 810 und ich werde nachher ein live stream starten wenn das video online ist werdet ihr wahrscheinlich ein das werde ich schon live sein es geht darum auch in push videos ich habe mein kollege versprochen ich werde ein push video machen das werde ich im live stream machen erst mal wenn ein neuer rein kommt ein bisschen drinnen bleibt wird es ein kleiner push geben für ein kollege ich werde ihm dafür noch informieren dass ich ein video dazu mache ich habe es ihm heute vor einer woche versprochen bis heute nicht gemacht auch zu wenig zeit hatte und manchmal vergessen hatte und einmal konnte ich nicht also es ist schon ziemlich traurig dass ich hier vor einer woche was versprochen habe und nicht daran halten kann ähm als das push wieder kommt aber falls ihr schon die ganze Zeit fragt warum meine stimme so ist ich habe ein bisschen ein bisschen heisser ein bisschen erkältet nicht so geil vor weihnachten aber ich hoffe es wird besser und ja Leute Ciao Ciao und für die Leute die ich nicht mehr sehen werde oder für die Leute die mich nicht mehr sehen werden frohe weihnachten bleibt gesund und hoffentlich gibt es gute geschenke für euch und diese geschenke die ihr euch auch gewünscht habt also Ciao Ciao und